Hallo meine lieben Freunde, Familie, Mitbewohner, Vermieter, wen noch alles. Jeder der dieses Video hier schaut ist von mir gegrüßt und ich möchte euch sagen frohe Weihnachten. Wie ich schon mal gesagt habe, heute einen tollen Heiligabend wünsche ich euch und lasst euch schon beschenken. Und in diesem Sinne hier, lasst uns froh und munter sein. Ach ja, im Hintergrund seht ihr nicht, regnet es, äh ne, es schneit, denn hier habe ich auf der Seite noch einen Schneemann gebaut, eben gerade noch auf die Schnelle. Ne, das kommt davon ganz einfach, weil hinter mir eine Green Wall hängt und dann kann ich hier Bilder einblenden, Filme abspielen und Let's Plays machen. Ja, ähm, das, dafür einen großen Dank an meinen Vermieter Markus, der mir da geholfen hat, ähm, diese Wall aufzuhängen. Und, äh, ich, das war jetzt das Wort zum Donnerstag, denn heute einmal Donnerstag, nicht Sonntag. Ja, und, äh, ich wünsche euch nochmal was zum x-ten Male, sag ich das jetzt. Bis bald, bis ins neue Jahr. Ich denke mal, es kommt noch ein Video kurz vorher. Und dann sag ich guten Rutsch und, äh, ja. Noch eine Woche und ich kann nicht mehr. Ja, also, macht's gut. Tschüssi. Das war's mit der Aufnahme und stopp.